Hallöchen Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Your Level Super Mario Bros. X. Heute spielen wir einen Hack von Holy Nathaniel und die Map heißt Mal was Normales. Und die Beschreibung heißt eine kurze Map, die ganz normal ist. Hashtag Kappa. Ich bin gespannt. Schauen wir mal, wie normal die ist. Das sieht nicht sonderlich normal aus. Nicht alles ist so, wie es sein soll. Okay. Na, wenn du das sagst, Peach, dann wird das schon stimmen. Pils. Dankeschön. Döp, döp, döp. Das ist gemein. Ah. Nuh. Äh, okay, macht nix. Tada. Äh. Boing, boing, boing. Irgendwie sieht das gerade nicht sonderlich normal aus. Da schießen, äh, Cheepcheeps aus dem Boden. Und zwar in Massen. Äh. Hi. Okay. Wir haben hier also ein Level mit viel zu vielen unsichtbaren Blöcken. Ich verstehe. Okay. Ähm. Ich hab schon gesehen, was hier abgeht. Ich glaub nämlich, die prallen von den unsichtbaren Blöcken ab, die Gegner. Was ich, äh, recht interessant finde. Nee, komm hier runter. Nee, 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 nee. Äh. Ja, ja, eindeutig viel zu viele unsichtbare Blöcke. Wow. Okay. Okay. Da war ein Herzteil. Okay. Das ist in Ordnung. Das ist verständlich. What the fuck. What the fuck? Seriously. What the fuck? Okay. Ja. Lass mich raten. Hier ist auch ein Block. Nee, na gut. Aber hier, natürlich, natürlich. Aua. Was zum Geier? Ähm. Äh. Okay. Mhm. Jawohl. Ähm. Okay. Das war die Stage. Ich glaub, dabei belass ich's auch einfach. Ich belass es einfach bei, das war die Stage. Ich denk, das ist das beste Urteil, was ich geben kann. Ähm. Und, äh. Was soll ich dazu noch mehr sagen? Das war die Stage. Äh. Echt. Ja. Ne? Ich denk, das ist damit auch vollkommen geklärt. Und würd sagen, das war's von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, das letzte Mal hat euch das gefallen. Mal wieder nur ne 3-Minuten-Folge. Aber da macht ja nix. Und, äh, würd sagen. Wir sehen's beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin.